Ja, der Schmieds, das ist niedlich. Und ja, es ist ein Sehenschmied. Davon hatten wir ja schon mal einen. Bei einer ganzen Langweile. Es gibt aber echt kein Nenya hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Hi, es gefällt mir nicht, wie er mir da hinterher rennt. Hoffentlich friert er mich nicht ein. Ich glaube, solange wir die Sehenschmied nicht ausgeschalten haben, werden immer neue kommen. Wie viele haben wir von euch mittlerweile? Befehl! 21 und 21. Hier bin ich! Also ich strebe so 40-40 an. Ja! Wer ruft mich? Zu allem entschlossen! Gebäude sind da zum Glück keine mehr, die wir einreißen müssen, also können wir voll auf Truppen gehen. Nur zu! Elends Segen! Beim Irrfit geht's auch gut. So. Was ist das? Wir haben! Dann können wir unsere Lebe. stehen da zum Glück. Hoffentlich war es nicht. Ich mache es nicht. Naja! Ich mache es nicht. 5 Grad schickst du sieben. Ich mache es gleich. Ich werde es hier. Und wieder einmal im. Es wird unlocken. Ansonsten. Du hast es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Sofort. Mir nach. Schnell. Manche fühlen sich echt special und wollen mich ärgern, habe ich das Gefühl. So wie die Windschützin und der Verteidiger und alle. Ich dachte, das hätte ich gelöscht, aber ich habe es wahrscheinlich aus Versehen gerade überspeichert. So. Schnell. Mir nach. Schnell. Und los. Schnell. Auf mein Zeichnell. Mir nach. Folgt mir. Sofort. Vorwärts. Zum Angriff. Die Diener der Nacht sind hier. Das ist eine Falle. Wehrt euch, Schwestern. Feindliche Angriff. Die Arne rufen uns. Es sind so viele. Lasst sie nur kommen. Schließ die Reihen. Okay, wir haben schon eine Windschützin verloren. Feindliche Angriff. Feindliche Angriff. Zur Ehre Arneas. Zur Ehre Arneas. Mir nach. Feindliche Angriff. In die Schlacht. Zu den Bögen. Folgt mir. Folgt mir. Sofort. Und los. Folgt mir. Mir nach. Wichtig ist, dass der See in den Schmied fällt. Wichtig ist, dass der See in die Schlacht kommt. Falls ich in den Schmied. Jetzt Bueno, heute62-geschmied. boo. Das war's. Das war's. Das war wieder unsere Heilerin. Wir sind in Gefahr! Das ist euer letzter Fehler. Okay, diese Nachtmacher, die haben doch schön viel Schaden angerichtet. Oh, Rune, Magier, Magier, Rune. Nithalfs Segen, Nachtwind. Ja. Hä? Okay, der Bogen, den ich jetzt gerade gekriegt habe... Na, wo ist der denn? Hat doch ein Bogen. Da, Nachtwind, ja. Der, der lässt mich nochmal kurz umdenken. Nämlich, dass ich... 18 gehe. Das heißt, ich muss noch einmal in Stärke packen. Ja, da kann ich Fernkauf auf 18 bringen. Mhm. Auf meinem Befehl. Und los! Gut, okay. Bringen wir erstmal unsere Armee wieder zurück. Dann können wir nämlich einmal im Carrerum aufräumen. Wobei, ich werde jetzt speichern. So, speichern. Und erstmal einen Cut machen. Und dann räumen wir der nächsten Folge auf. Also, bis gleich.